hi leute willkommen zurück zu eltern ring und ich zeige euch heute eine der coolsten ausrüstungsgegenstände überhaupt wie ich finde allein vom design her und zwar ist das der wolfskopf als helm sozusagen und den findet ihr hier oben links quasi hier auf der linken flanke und hier ist so ein turm und da könnt ihr den finden und ich zeige euch jetzt genau wo der ist denn das ist ein bisschen tricky leicht zu übersehen wir müssen also nicht hier den turm wie erwartet oder vermutet sondern wir müssen einmal hier rüber dann hier hoch und hier liegt er nämlich versteckt so schwarze wolfsmaske ist das und sie sieht ein meiner meinung nach richtig geil aus dass einer der ganzen ausrüstungsgegenstände vom design her zumindest finde ich ja der sieht so aus richtig krass oder was meint ihr holt euch auch den löwen wolfskopf und ich finde es sieht richtig geil aus auf jeden fall eines meiner lieblings ausrüstungsgegenstände hier in elden ring und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten wo ihr den findet von daher leute das durch gut gehen klickt mal auf die glocke hinterlassen aber wenn ihr bock habt und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten video adios an dieser stelle und bis denn tschau tschau